FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER-Radio. Spione Spitzel-Sympathisanten, das ist der Titel dieser Sendung, gemeint sind Putins Handlangen in Wien, die schon vor einer Woche in einer aufregenden und aufsehenerregenden Geschichte der Spiegel hingewiesen hat. Dem FALTER zugespielt wurde ein sechsseitiges Papier, in dem Insider über die Einflussversuche russischer Dienste in Österreich berichten mit vielen Namen und vielen Details. Florian Klenk hat nachrecherchiert und im aktuellen FALTER die Informationen dieses Papiers zusammengefasst und er sitzt vor dem Mikrofon im Podcaststudio. Hallo Florian. Hallo Raimund. Ich nehme an, Florian, wir beide kommen nicht sehr prominent vor in diesem Papier, oder? Nein. Also ich muss mal schauen. Nein, Raimund, du kommst nicht vor. Nun, du kommst auch nicht vor. Florian, was sind die Kerninformationen in diesem Papier und vor allem, was ist neu? Also ich muss zuerst vorweg schicken, ich wäre gern viel transparenter und würde gerne erzählen, von wem das Papier stammt und wer es geschrieben hat und wie es zustande gekommen ist. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Man muss dem FALTER jetzt vertrauen und man muss mir vertrauen, dass die Information, die da drinnen steht, zumindest plausibilisiert wurde. Viele Dinge können wir letztlich nicht hundertprozentig überprüfen. Was heißt plausibilisiert? Sind die Informationen, können wir die sozusagen mit anderen Quellen abgleichen. Was ist das, diese sechs Seiten? Im Wesentlichen sind es zwei, drei Komplexe drinnen. Das eine nennt sich die Kämpfer an der unsichtbaren Front. Das spielt an auf sowjetzeiten, das waren die Kämpfer an der unsichtbaren Front, die Agenten und Spione und erzählt, wo sitzen die Putin-Agenten, in welchen Institutionen in Wien. Und der andere Teil heißt handelnde Personen. Das heißt, hier wird ein Einblick gegeben, wer in den letzten Jahren sich vom Putin-Regime hat, jetzt sage ich es unjuristisch, einkaufen hat lassen, auch ein Weben hat lassen, ein Spannen hat lassen. Viele dieser Dinge, die wir da drinnen lesen, sind schon mal wo aufgetaucht. Das, was das Papier so spannend macht, ist das Zusammenführen dieser Informationen. Also aus vielen, zum Teil offenen Quellen, aber auch aus Insider-Informationen über die handelnden Personen, bekommt man auf einmal ein Bild, wie die russische Regierung, wie Putin, viele Parteien, Politiker, Influencer gewonnen hat. Aber man bekommt auch Hinweise, dass Regimegegner und Journalistinnen und Journalisten in diesem Land offensichtlich observiert, ausspioniert, überwacht werden. Nicht im strafrechtlichen Sinn wahrscheinlich, aber so, dass man Dossiers über diese Leute anlegt, über ihre Vorleben, über ihre politischen Meinungen und versucht hier das zu schaffen, was man früher vielleicht ein Kompromat genannt hat. Diese Information ist zum Beispiel richtig. Also wir haben tatsächlich aus den Kreisen des Verfassungsschutz gehört, dass tatsächlich Journalistinnen und Journalisten in Österreich sozusagen überwacht werden. Ihr habt den, der Falter hat den Verfassungsschutz kontaktiert und die haben sich irgendwie das angeschaut, ob dieses Papier glaubwürdig ist und ob das ernstzunehmende Beschuldigungen sind, richtig? Ich kann sozusagen darüber auch nur sehr beschränkt reden, aber wir können sagen, wir haben Gesprächspartner aus dem Bereich des Verfassungsschutzes, auch ehemalige Verfassungsschützer, auch Leute, die den Verfassungsschutz verlassen haben und in Politberatungsorganisationen arbeiten. Wir haben Leute kontaktiert, die im diplomatischen Bereich arbeiten. Wir haben ausländische Geheimdienste gefragt oder Verfassungsschützer, Geheimdienst klingt so hochtrabend. Also letztlich sind es Polizeibehörden, sind es Leute, die Strategiepapiere schreiben und wir haben auch in Bereichen recherchiert, über die ich da jetzt nicht reden kann, weil die Leute eben verschwiegen sind, aber uns sozusagen Plausibilitätsprüfungen geben. Was ist wirklich neu an diesem Papier? Ist das eine Zusammenfassung von bereits Bekannten, dass russische Diplomaten in Wien Putin-Propaganda machen? Das wird niemand sehr verwundern und die Kontakte der FPÖ zur Putin-Partei sind auch bekannt. Neu ist sozusagen der Detailreichtum. Also zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Handelsvertretung in Wien so eine wichtige Rolle spielt, dass dort jemand sitzt, der offiziell Handelsvertreter ist, aber zum Beispiel in seiner Laufbahn Waffenhändler des russischen Waffen- und Rüstungsunternehmens Rosoboronexport für Asien war, dass der den Rüstungsgiganten Rostek in Berlin vertreten hat, dass er zum Beispiel als Wachmann in Spandau gearbeitet hat, also dass es Leute sind mit einer Vergangenheit und mit offensichtlich einem hohen Vertrauen gegenüber dem Regime, die sich sozusagen als Handelsvertreter ausgeben, die auch in Freundschaftsvereinen sitzen, wo österreichische Politiker sitzen. Neu war für mich, oder neu, auch interessant zu lesen, war einmal mehr wie das russische Kulturinstitut in Wien, das sich ja sozusagen als Kulturvermittler auch zur Hochkultur präsentiert, offensichtlich von einem Mitarbeiter hat, der im russischen Auslandsnachrichtendienst arbeiten soll. Neu sind für mich zum Beispiel viele Twitter-Accounts von Leuten, die so als Pressesprecher in internationalen Organisationen arbeiten, dort privat auftreten, wenn man die nicht weiß, aber die tauchen immer wieder auf, die den österreichischen Außenminister verspotten oder die den Nawalny verspotten. Neu war für mich auch zum Beispiel das Kapitel über Karin Kneißl, nämlich der Hinweis, dass sie Putin kennengelernt habe über den Stellvertreter von Wladimir Schirinovsky, den Leonid Slutsky. Schirinovsky ist seit vielen Jahrzehnten ein Rechtsradikaler im russischen Parteienspekt. Also ein wirklicher Hardliner. War er schon in der Zeit, wo Putin noch versucht hat, gute Beziehungen zu messen. Also zum Beispiel der Stellvertreter von Wladimir Schirinovsky, der Leonid Slutsky, sehr eng war mit der Karin Kneißl. Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Wenn man aber nachschaut, sieht man tatsächlich auf Telegram-Kanälen von Slutsky, wo Kneißl busiert mit ihren Pferden und mit ihren Hunden. Wir erinnern uns, die Pferde sind mit einem eigenen Flugzeug vom Libanon nach St. Petersburg geführt worden, wo Karin Kneißl hinausgewandert ist. Was für mich auch interessant war, einfach in der Formulierung, ist, dass zum Beispiel das sogenannte Gedankenaustauschabkommen, ich zitiere HC Strache, zwischen der Partei Einiges Russland von Putin und der FPÖ, das im Jahr 2016 geschlossen wurde, also immerhin schon zwei Jahre nach Besetzung der Krim, für die Russen vor allem deswegen geschlossen wurde, weil man wollte, dass sich die FPÖ für die Sanktionsbeendigung einsetzt. Also es geht nicht darum, Gedanken auszutauschen und solche Dinge zu machen, sondern es soll die FPÖ, sollte sich einsetzen, dass die Sanktionen gegen Russland und gegen einzelne Stadthalter von Putin auf der Krim beendet werden. Und das ist ja auch passiert. Die FPÖ ist sehr massiv gegen die Russland-Sanktionen. Und jetzt geht es um die Frage, kann man das plausibilisieren? Und tatsächlich, man hat es schon wieder vergessen, im Jahr 2017 zum Beispiel, ist der Detlef Wimmer, das war da immerhin der Vizebürgermeister der Stadt Linz, mit Hans-Jörg Jenewein, einem FPÖ-Abgeordneten, auf die Krim gefahren, gemeinsam mit dem Axel Kassecker, das ist heute noch ein Abgeordneter aus der Steiermark, die sind dort runtergefahren, haben damals in Yalta im Palast die Stadthalter Putins begrüßt, zwei Personen, die schon unter Sanktionen standen. Und wenn man ein bisschen weiter recherchiert, sieht man, dass diese Figuren immer wieder auftauchen. Johannes Hübner wird immer wieder genannt. Der war der Leiter des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Wir erinnern uns, der ist damals mit dem Johann Gudenes zum Ramzan Kadirov gefahren, nach Tschetschenien, und hat dort den einen der übelsten Folterpräsidenten, Kriegsverbrecher, Stadthalter Putins in Grozny besucht, um zu demonstrieren, dass man die Flüchtlinge dort abschieben kann, dass es sicher ist. Das ist der gleiche Johannes Hübner, der übrigens jetzt zu den Taliban gefahren ist. Wir haben ihn kürzlich wiedererlebt. Dem zum Beispiel, das ist sein kürzlich im Profil gestanden, hat man sogar vorgeworfen, dass er Geld genommen habe, für Anträge die Sanktionen zu beenden. Das bestreitet der Hübner allerdings. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, was wirklich die Motivation der österreichischen Seite war. Also vor 30 Jahren, 40 Jahren hat man den Linken vorgeworfen, sie sind pro-sowjetisch und auch wenn man nur links war und keineswegs Kommunist war und keineswegs Freund der Sowjetunion war, wenn man in Wien demonstriert hat, haben die Leute gesagt, geht's nach Moskau. Aber da war die Vermutung, da ist eine politische Ähnlichkeit, weil die Sowjetunion gegen den amerikanischen Imperialismus war und versucht hat, etwas anders zu machen als den Kapitalismus. Was ist heute die Motivation für diese FPÖ-Leute, sich mit Putin-Leuten, mit dem russischen Regime von heute zu verbünden? Naja, schauen wir kurz ins Ibiza-Video. Heinz-Christian Strache erzählt ja dort, dass er von einem russischen Journalisten, der ein Putin-Vertrauter gewesen sei, eingeführt worden sei in die Welt Putins und er sagt, er bewundert Putin, also er sagt, dort sind sozusagen noch wahre Werte, während dieser dekadente Westen sozusagen da niedergeht, während der Putin zeigt das noch vor. Das war, muss man sagen, vor dem Ukraine-Krieg zu seiner Ehrenrettung, aber es war immerhin schon nach dem Tschetschenienkrieg, nach dem Angriff gegen Georgien, nach der Besetzung der Krim, hat Strache noch sozusagen geschwärmt von Russland. Wir haben ja letztlich auch mitbekommen, dass einer russischen Oligarchen nicht einer vermeintlichen, ein Medienunternehmen antreten wollte. Er ist auch Einfluss zu bekommen auf die öffentliche Meinung. Das ist ganz ein wichtiger Teil. Karin Kneißel, die er im ORF kommentiert hat, die er auch für den Falter geschrieben hat, ist dann Kommentatorin bei RT News geworden. Ich folge ihrem Telegram-Kanal und bin immer wieder fassungslos, was Karin Kneißel mittlerweile an Propaganda teilt. Sie hat kürzlich erst einen Artikel geteilt, der der Witwe von Nawalny vorwirft, alle möglichen sexuellen Aktivitäten mit Journalisten. Also sie teilt wirklich ganz miese Putin-Propaganda, stellt sich aber selbst dar als eine Verfolgte, die vom Westen verfolgt würde. Das ist schon interessant, dieses Papier in diesem Zusammenhang zu lesen. Die Karin Kneißel war eine Nahost-Expertin, ist als Nahost-Expertin, du hast es gesagt, im Falter zu Wort gekommen, im ORF zu Wort gekommen und ist dann offensichtlich politisch abgebogen, weil sie sich mit dieser völkischen Sicht auf die Welt, die von Putin kommt und von Russland kommt, identifiziert hat und hat das auch in Wien praktiziert und das hat sie eigentlich zu Strache geführt. Also sie ist politisch abgebogen. Ist das eine Causa, wo man sagt, da sind jetzt Geheimdienstverbindungen oder Kontakte zu Geheimdienstleuten von Bedeutung oder ist das nicht eine allgemeinere politische Entwicklung? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Was sehen wir, wenn wir, ich komme jetzt auch gleich zum Fall Masalek, weil der da eine wichtige Rolle spielt, was sehen wir? Wir sehen, dass sich offensichtlich russische Akteure, nennen wir sie mal so, Leute herauspicken, Leute, die auf eine gewisse Weise sonderbar sind, Leute, die sich selbst überschätzen, Leute, die politisch nicht so gefestigt sind wie vielleicht ganz langjährige Politiker, Leute, die gekränkt sind, Leute, die im Burnout sind. Wir werden gleich beim Fall Masalek und der BVD-Affäre, vielleicht reden wir da noch kurz darüber, sehen, dass es immer wieder Polizisten sind, die angeworben werden als Agenten, die einen Job nicht bekommen haben. Also das Einfallstor für Leute, die dann letztlich dem russischen Regime helfen, sind nicht oft kalt und kühl kalkulierende Verbrecher oder Spionageagenten, sondern oft Leute, denen geschmeichelt wird, die auf einmal in einem Wirtschaftsverein eine Position bekommen, die auch ein Geschäft machen können, die auf einmal wichtig werden, deren Rat auf einmal gefragt wird. Die nicht automatisch bezahlt werden oder wie den Agenten werden normalerweise bezahlt. Nicht das Geldbündel bekommen, sondern die bekommen auf einmal eine Reise, einen Einfluss, einen Zugang zur Macht. Nehmen wir Karin Kneißel, diese Hochzeit. Sie schildert das ja so, dass Putin sich sozusagen, dass sie sich geehrt gefühlt hat, dass Putin da kommt. Sie hat bis heute, glaube ich, nicht verstanden, dass sie hier wirklich benutzt wurde für ein propagandistisches Schauspiel. Und das ist sozusagen der gefährliche Teil des Ganzen. Du hast den Namen Masalek erwähnt. Masalek, der frühere Vorstand in Wirecard, dem großen deutschen Finanzunternehmen, das inzwischen kollabiert ist. Dieser Masalek hat, wenn man dem Spiegel folgt, letzte Woche intensive Geheimdienstkontakte zu russischen Diensten gehabt, war möglicherweise wirklich ein Agent und ist dann mit Unterstützung von österreichischen, engen Mitarbeitern des BVD, der österreichischen Staatssicherheit geflüchtet. Nicht nur mit Mitarbeitern des BVD, also namentlich Martin Weiß, der war der Abteilungsleiter zuständig für die Auslandsspionage. Also das war nicht irgendein kleiner Beamter, sondern eine ganz wichtige Figur im BVD. Der ist in den Burnout gegangen und im Burnout hat er den Egisto Ott kennengelernt. Das war ein Verbindungsbeamter des BVD in der Botschaft in Rom und in der Botschaft in Ankara. Also auch eine Figur mit sehr vielen Kontakten, auch auf der internationalen Ebene. Und im Hintergrund hat sich noch der ehemalige Leiter des BVD, der Gerhard-René Polli, der über eine Iran-Affäre gestolpert ist, wichtig gemacht, der wiederum Heinz-Christian Strache beraten hat in den Regierungsverhandlungen, ganz offiziell. Und diese Figuren sind sozusagen mit einem Kompromat über das BVD, das zusammengedichtet war, zum damaligen Generalsekretär Kickls gegangen, zum Herrn Goldgruber, der völlig überfordert war mit dieser Rolle. Das war ein Polizist aus Wien, ein Personalvertreter, der auf einmal der höchste Sektionschef im österreichischen Innenministerium wurde und haben diese BVD-Affäre losgetreten und haben auf eine Staatsanwältin getroffen, die das nicht wirklich kontrolliert hat und haben den BVD destabilisiert. Warum erzähle ich das? Weil diese Leute, der Herr Weiß und der Herr Oth, jetzt auch im Verdacht stehen, für den Herrn Maserleck gearbeitet zu haben. Und zwar in einer ganz entscheidenden Sache. Der Herr Oth soll die Meldetaten des Journalisten Christo Grosef für Weiß ausspioniert haben. Ein wichtiger bulgarischer Journalist, der lange in Wien gelebt hat und mit Nawalny zusammengearbeitet hat. Er hat nie nur mit Nawalny zusammengearbeitet. Er hat aufgedeckt, wer den Nawalny 2020 vergiften wollte. Und zwar mit Novitschok. Er hat das aufgedeckt. Da gibt es einen Film darüber, der, glaube ich, sogar Oscar prämiert wurde oder in der Oscar nominiert war. Der heißt Nawalny. Der Film, da kann man den Herrn Grosef sehen. Und der Grosef hat in Wien als Ergrund gelebt, wurde ausspioniert und musste das Land verlassen. Er hat das im Falter erzählt. Also da nähern wir uns schon einer Spitzelei, die das Leben von Leuten wirklich maßgeblich verändert. Die ganze Sache ist, wenn man sich das noch einmal durchdenkt, sowohl die Informationen jetzt aus dem Papier, das der Falter als Grundlage nimmt, als auch beim Spiegel und anderen Recherchen ist eigentlich unglaublich. Da sind Leute, die im Verdacht stehen, mit russischen Diensten zusammengearbeitet zu haben, im Innenministerium aus und eingegangen, im Außenministerium aus und eingegangen. Und das alles unter Einfluss möglicherweise des Herrn Masalek, eines russischen Agenten, ziemlich sicher, russischen Agenten. Also eine Zelle im Kern der österreichischen Staatssicherheit, die von einem russischen Agenten in irgendeiner Weise dirigiert wird. Ist ja eigentlich staatsgefährdend, aber es ist nichts passiert. Naja, nichts passiert ist. Oder es ist kaum was passiert. Naja, nichts passiert ist. Keiner der Herrn ist in Österreich wegen Hochverrat oder sonst was angeklagt, oder? Es wird eine Anklage vorbereitet gegen Gisdorot und auch gegen Weiß. Weiß hat ja auch zugegeben, dass er Masalek geholfen hat bei der Flucht. Er hat ja für ihn gearbeitet. Also das ist ganz offiziell sein Geständnis. Weiß war ja kurz in Urhaft. Das, was schon spannend zu beobachten ist, ist die Frage, wie sehr das Ibiza-Video das alles gestoppt hat. Also ich bin selber noch in mir nicht ganz klar. Erleben wir hier eine Posse von Wichtigturen, die sich wichtig machen, die sich andienen dem Herrn Masalek. Vielleicht am Anfang gar nicht gewusst haben, was das für ein Typ ist. Oder haben wir es hier wirklich, wie du sagst, mit einer Zelle zu tun? Das wird letztlich die Justiz zu beurteilen haben. Was wir zusammenführen können, ist zum Beispiel der Herbert Kickl. Der Herbert Kickl, der diese BVD-Affäre ja genutzt hat, um den Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz zu suspendieren, der heute immer wieder sagt, das BVD ist eine Zelle und das sind linke Zellen, weil die auch den Rechtsextremismus überwachen. Dieser Herbert Kickl hat im Juni 2018 und im Oktober 2018 immer wieder Termine gehabt mit russischen Amtspartnern, ist dort hingefahren im Rahmen auch des EU-Vorsitzes. Da war er Innenminister. Das ist ein normaler Teil des Jobs. Aber wir lesen zum Beispiel, dass die russischen und die österreichischen Behörden Kooperationsabkommen auch im Sicherheitsbereich wollten. Dass sie, jetzt zitiere ich Herbert Kickls eigene Presseaussendung, an der üblichen Diplomatenpost vorbei einen Informationskanal schaffen wollten. Dass sie einen Austausch von Beamten schaffen wollten. Da passt zusammen der Jetverkehr, der jetzt im Ausschuss von Strache sichtbar wurde, wo Strache mit dem Dolmetscher von Wladimir Putin kommuniziert und sagt, Beamte sollen nach Wien kommen zur Verwaltungsakademie. Also man fragt sich schon, was sollen diese ganzen Personaltransfers, die er geplant hat. Wobei man sagen muss, Kickl war nicht beim berühmten Besuch der FPÖ-Delegation mit Strache und anderen in Moskau dabei. Ganz wichtig, er war nicht dabei. Er war nicht dabei. Und all die Dinge, die da auch in Ibiza zur Sprache gekommen sind, da spielt Kickl eigentlich keine Rolle. Richtig. Wenn man mit den Leuten rund um Strache redet, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sozusagen zwei Flügeln gibt in der FPÖ in Sachen Russland. Der eine Flügel, das ist der, der dieses Kooperationsabkommen gehabt hat, der auf die Krim reist, der immer wieder versucht Anträge zu stellen im Nationalrat. Und dann haben wir Kickl, der mit Hilfe dieser offensichtlich auch für Russland arbeitenden ehemaligen Agenten aus dem Innenministerium versucht hat, das BVD vom damaligen sehr renommierten Chef Griedling freizubekommen, um ein neues BVD zu machen. Und da kommt jetzt eine interessante Information rein, die wir auch schon immer wieder so hinten als kleinen Baseline gehört haben, nämlich, dass zu Zeiten von Karin Kneißel geplant war, im Außenministerium eine Art Geheimdienst zu machen, auch im Außenministerium. Was nicht wenige Außenministerien in der Welt haben, weil sie den eigentlichen Geheimdiensten nicht trauen. Genau. Aber da gibt es zwei Figuren, die wir kennen müssen, um zu wissen, wer das geplant hat. Und einer, der das geplant hat, war der Egisto Ott. Das ist der Beamte, der den Christoph Grosef ausspioniert hat. Der war im Hintergrund, das zeigen Mails, sehr ambitioniert, diesen Geheimdienst zu konzipieren, auch für sich selbst eine Position schon vorzusehen. Also jener Egisto Ott, der für den Martin Weiß, den Ex-Spionage-Abwehrbeamten gearbeitet hat, der wiederum für Masalek gearbeitet hat, der sollte da im Hintergrund die Strippen ziehen. Und die zweite Person, auch nicht uninteressant, ist der damalige Generalsaketein im Außenministerium, der Johannes Peterlik. Der Johannes Peterlik ist heute suspendiert worden, vom Alexander Schallenberg, vom Außenminister. Warum ist er suspendiert worden? Weil man ihm vorwirft, dass er durch einen legalen Zugang zu einer internationalen Organisation, die gegen Chemiewaffen agitiert, sich die Novichok-Formel beschafft hat. Das ist das Gift, mit dem viele Agenten, ehemalige Agenten im Westen, von russischen Agenten attackiert werden. Richtig. Und die wurde offensichtlich kopiert und man konnte anhand eines Barcodes oder anhand einer Registrierungsnummer feststellen, dass das aus dem Dokument gekommen ist, das der Herr Peterlik hat. Und nächste interessante Sache, auf dem Handy von Egisto Ott findet man ein kleines Videofilmchen, wo er eine Formel von Novichok abfilmt. Und kurz darauf hat der Herr Maserleck im Sommer 2018 die Novichok-Formel und zeigt sie englischen Brokern und gibt damit an. Also man sieht hier eine ganz merkwürdige Melange an Wichtigturen, Geheimnisträgern und Spitzenbildern. Wenn der Wichtigtuer der Generalsekretär des Außenministeriums war, dann hat man das Gefühl, das nimmt irgendwie kein End. Aber trotzdem, all diese Enthüllungen haben nicht zu einem politischen Aufschrei geführt in Österreich, dass man sagt, also man muss hier einen Strich machen, man muss hier aufklären, man muss hier eine Art von Klärung herbeiführen, weil etwas total falsch gelaufen ist. Das ist unter Ferner Liefen im Spiegel gewesen, im Standard gewesen, in anderen Publikationen. Warum ignoriert das die österreichische Politik? Das ist eine sehr spannende Frage, weil es ist ja in den Medien in vielen Titelgeschichten diskutiert worden. Die NEOS haben oft schon gefordert, dass es einen Russland-U-Ausschuss braucht, der vielleicht wichtiger ist als die Frage, welche Inserate hat die FPÖ und die SPÖ geschaltet, die jetzt schon sehr lange nicht an der Macht waren. Ich glaube, dass das tatsächlich wichtig wäre, diesen Russland-U-Ausschuss zu machen. Die SPÖ hat sich dagegen gestellt. Ich glaube, dass man hier auch einmal mit dem Christoph Matzenetter, der ja Teil dieser österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft war, einmal... Der aber nirgends vorkommt. Der nirgends vorkommt, der aber immer wieder sehr merkwürdige Stellungnahmen macht. Politisch aber. Aber immer wieder sagt, also beide Seiten wollen das Töten nicht einstellen. Und immer wieder so Bemerkungen, die so rausplumpsen, wo ich mir denke, man sollte mit ihm einmal ein offenes Gespräch führen, warum er so spricht, wie er spricht. Und die ÖVP... Haben wir auch gemacht. War schon noch im Fall der Botschaft. Wir erinnern uns, dass als Silensky vor dem Nationalrat gesprochen hat, der halbe SPÖ-Glub inklusive der SPÖ-Vorsitzenden nicht anwesend war. Vielleicht war das wieder einmal eine blöde Posse und Botschaft, aber vielleicht ist das auch ein politisches Statement, sich sozusagen nicht zu nah an die Ukrainerin. Wir erinnern uns an... Wer nimmt sich dieser Frage an? Wenn die SPÖ nicht, das große Oppositionspartei, das tut, die ÖVP auch nicht, die Grünen sind schaumgebremst, nimmt sich niemand dieser Causa an? Offensichtlich nicht. Wenn man in den Verfassungsschutz hineinhört, hat man auch das Gefühl, dass die Justiz sich nicht wirklich dem Thema annimmt, dass sie nicht die Ressourcen zur Verfügung stellt, um sich dem Thema zu widmen. Der Verfassungsschutz hat eine Handvoll Beamte, die sich dem Thema widmen kann. Wenn man den Verfassungsschutzbericht genau liest, dann sieht man, dass der Verfassungsschutz sagt, dass es eine Königsdisziplin sei, diese Agenten zu überführen, weil sie so viele legale und halblegale Tätigkeiten machen. Das Schwierige in dieser Spionagetätigkeit, die wir erleben, ist ja nicht, dass hier jemand einen Geldkoffer kriegt und dafür geheime Informationen absaugt, sondern dass wir es hier mit einem Gebräu von Vereinen, offiziellen Institutionen, internationalen Organisationen zu tun haben. Die, die reagieren könnten, wäre der Außenminister, der könnte natürlich diese ganzen russischen Diplomaten rausschmeißen. Das Problem ist nur, dass dann im Reziprozitätsprinzip als Vergeltung auch österreichische Beamten in Moskau rausgeschmissen werden. Jetzt wissen wir aber, dass die Österreicher in der Botschaft viel weniger Beamten haben, Faktor 10, als die Russen. Das heißt, für jeden russischen Spion, der rausgeschmissen wird, fliegt auch ein Österreicher raus und am Ende haben die Österreicher dort kein Personal mehr. Das ist auch ein Grund, warum man hier sehr vorsichtig umgeht. Und das Fehlen einer Reaktion ist natürlich etwas, das auch eine innenpolitische Frage in Österreich ist. Vielleicht ist diese Veröffentlichung dieses Papiers im Falter ein bisschen wirkt als Alarm. Sebastian Kurz hat vielleicht noch ein kleiner Einschub. Sebastian Kurz hat in seinem Prozess, der wegen falscher Zeugenaussage war, einmal den Satz fallen gelassen, wir waren eine russlandfreundliche Regierung. Man muss das vielleicht auch einmal feststellen als Erkenntnis, warum gibt es keine Urschüsse? Warum wird das nicht skandalisiert? Weil sich die Regierung als russlandfreundliche Regierung verstanden hat. Die Karin Kneißl lebt jetzt in Russland und macht Agitation für Putin. Der Finanzminister Schelling hat einen Beratervertrag bei Gazprom bekommen. Schüssel war im Aufsichtsrat von Rosenhef. Der Kern war Aufsichtsrat in der Staatsbahn. Spindelecker, unser Außenminister, hat gearbeitet für den Dimitri Firtasch. Das ist der Verbindungsmann, wenn man Catherine Belton von Washington Post gab, der Verbindungsmann der Ukraine zur russischen Mafia. Gleichzeitig hat sich Österreich nicht gegen Russlands Sanktionen gestellt. Gleichzeitig war natürlich auch für Österreich und die russenlandfreundlichen Teile Österreichs der große Angriff Russlands gegen die Ukraine vor zwei Jahren ein Wendepunkt. Und dabei stehen wir im Augenblick. Und das aufzuarbeiten, was passiert ist und was vielleicht auch bis heute noch hineinreicht, das hat kaum begonnen. Vielleicht kann dieses Papier, das der Falter veröffentlicht, ein Anstoß da zu sein. Und wir stehen vor einer Wahl, wo jener Vertreter, der gegen die Russlands Sanktionen ist, der den Verfassungsschutz destabilisiert hat, dessen Partei ein Freundschaftsabkommen hat, so ausschaut, dass wir die Wahl gewinnen. Nämlich der Herbert Kickl. Das ist vielleicht, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich glaube auch, dass dieses Papier nicht zufällig jetzt sozusagen uns erreicht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein Wink zu zeigen, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Schaut, wen ihr da wählt und welche Kontakte diese Partei auch auf politischer Ebene. Bei der ÖVP sind es mehr ökonomische Interessen, mehr wirtschaftliche Interessen. Da haben wir die Raiffeisen, da haben wir den Sigi Wolf, da haben wir so so ein knallhartes Geschäfte. Aber hier gibt es auch ein politisches Interesse. Schaut genau hin. Danke Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Mehr Details zur geheimen Liste der Putin-Freunde in Wien finden Sie im aktuellen Falter. Alle Informationen über AboMaus gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Klara Gottsauner-Wolf betreut die Audio-Technik dieser Sendung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Lümpf.